Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Testvideo. Ich habe mir, wie einige schon wissen, nach längerem jetzt doch mal ein Mikrofon zugelegt. Ich habe jetzt das rote NT-USB Mikrofon. Ich möchte hier nur kurz testen, ob soweit alles funktioniert. Mit der Aufnahme von der Qualität, also Lautstärke und so weiter. Ich habe Teamspeak schon mal kurz getestet und auch über Skype da hat es ganz gut funktioniert. Ich möchte jetzt auch schauen, wie es in der Let's Play Aufnahme, ob da auch soweit alles passt. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, wenn es zu laut, zu leise ist. Ja und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ich bedanke mich schon jetzt mal für euer Feedback und falls wir uns nicht mehr sehen oder hören, wünsche ich euch auch schon ein schönes Wochenende. Ja und das war es dann eigentlich. Tschüss!